Ganz oben im Norden findet dieses Jahr die einzige Messe für Baumaschinen, Baumaschinenzubehör und Steuerungssysteme statt, die Nordbau in Neumünster. Interessant, es gibt kaum Auflagen, man spricht von den drei Gs, genesen, geimpft oder getestet. Spannend ist auch immer wieder zu erleben, wie unsere Systeme für Erdbau und Asphaltmaschinen entstehen. In der Corona-Zeit war das natürlich sehr schwierig, weil auch wir aufpassen mussten, dass wir keine Infektionen in die Fabrik bekamen, sodass das eigentlich kaum jemand gesehen hat. Und es fällt uns auch sehr schwer, diese Produktion mit nach Neumünster zu nehmen. Aus diesem Grund machen wir heute dieses kleine Video hier bei uns am Hauptstandort in Limburg an der Lahn. Im Hintergrund von mir können Sie auch einen Teil unseres Produktionsbereiches entdecken und bringen das Ganze dann virtuell mit. Wir entstehen unsere Systeme, dazu sollte man sicherlich wissen, dass wir hier am Standort eine Fertigungstiefe von über 80 Prozent haben, auf die wir sehr stolz sind. Grundsätzlich ist das immer der gleiche Ablauf, wir haben eine Grundplatte, auf die elektronische Komponenten bestückt werden. Die Anlage nennen wir SMD. Am Ende folgt ein 100-prozentiges Testsystem. Jede Verbindung wird überprüft. Danach werden aus den einzelnen Bauteilen die fertigen Komponenten zusammengebaut und vergossen. Warum vergießen wir diese Bauteile? Auf Baumaschinen ist sie schmutzig, die vibrieren, da rüttelt es, da ist Feuchtigkeit, alle möglichen Einflüsse, die nicht gut sind für Elektronik. Und der Verguss macht unsere Teile sehr langlebig. Eins unserer bekanntesten Produkte ist sicherlich der Ultraschall-Ski, wie wir ihn nennen, der an Asphaltfertigern, an Raupen, an Planierschildern oder Grädern eingesetzt wird. Und wir sehen auch hier, wie die Funktionalität der Skis vollständig durchgetestet wird, sodass sie davon ausgehen, dass, wenn es auf die Baustelle kommt, auch funktioniert. Interessant ist auch folgendes, Teil oder sagen wir mal Komponente, wir nennen das ganze LS6000, ein Laserempfänger, der eine Nullpunktverschiebung im Empfänger von über 580 Millimetern hat. Damit müssen Sie, wenn Sie jetzt im Erdbau etwas abtragen oder einbringen, nicht großartig raus und am Mast etwas verstellen. Gibt es auch in einer kleineren Variante mit 290 Millimetern. Auch unsere Asphaltsysteme für Fertiger, Walze oder Fräse werden hier in der Produktionsanlage hergestellt, die wir Ihnen dann zum Teil, wie zum Beispiel Temperaturmessung und Vergleichbares auf der Messe zeigen werden. Wir freuen uns wirklich sehr darauf, Sie endlich wieder persönlich zu treffen und auf unseren Messestand in Neumünster zu begrüßen.